Das Weinparadies in Sainzheim. Ausgerechnet hier im Landkreis Kitzingen, direkt unter dem Kirchturm, in einer alten Kirchenburg gibt es sie, die kleinste Brauerei in Unterfranken. Frank Engelhardt ist hier der Brauer. Und zwar wegen des Weines. Als ich hierhergezogen bin, habe ich furchtbar viel Wein getrunken als Biertrinker. Das tut er nach Dauer nicht gut. Frank Engelhardt betreibt die kleine Brauerei im Nebenerwerb. 240 Liter Bier werden hier freitags immer gebraut, nicht mehr. Helles oder dunkles, ab und zu mal ein Weihnachts- oder ein Bockbier. Flaschen oder Fässer zum Mitnehmen gibt es in Sainzheim nur auf Vorbestellung. Die ganze Familie ist in der Mini-Brauerei beschäftigt. Selbst die Etikettierung ist hier echte Handarbeit von Frau und Tochter. Ich habe gedacht, was als Hobby. So nach dem Motto meditatives Bier brauen. Ich stelle mich hier rein und koche so ein bisschen vor mich hin. Das hat leider noch nie geklappt. Die Türen gingen sehr schnell auf und ich musste dann mein Bier mit anderen teilen. Freitags ist dann auch die an die Brauerei angeschlossene Kneipe geöffnet. Es gibt Bier vom Fass. Essen wird nicht serviert. Das bringen die Gäste dann manchmal einfach selbst mit. Unter ihnen sind viele Einheimische, aber auch Touristen finden mittlerweile den Weg zu den Kirchgarten. Und selbst die Winzer des Ortes haben hier ihren regelmäßigen Stammtisch. Drei Winzer sind da. Und noch mehr. Warum die da sind? Warum die da sind? Ja, weil das Bier so gut schmeckt. Ja. Wir trinken Bier und Wein. Wir tun Wein, alles ja. Weitungen und teuer verkaufen, das Bier können wir nicht. Das ist halt immer was anderes. Das ist mal eine Abwechslung. Man muss ja nicht nur Wein trinken als Winzer. Man kann ja mal Bier trinken. Und in der Nettengesellschaft sowieso. Wir verkaufen weiterhin Wein, aber in unserer Weinstrube verkaufen wir auch Bier. Also das Kellerbier natürlich. Na ja, Frankenwein ist ja grundsätzlich immer ziemlich trocken. Und danach hat man Durst. Und dann ist Bier ganz gut. Man darf doch kein Bier auf Wein trinken. Doch. Also das ist ein Märchen. Funktioniert hervorragend. Wir haben das also getestet in mehreren Veranstaltungen. Und hier in Seinsheim ist das eigentlich Usus, dass man beides genießen kann. Hier, mitten in der Weingegend, hat das Bier seinen festen Platz bekommen.